Herzlich Willkommen auf Passive Income, heute mit einem neuen Projekt, was ich zu meinem Portfolio hinzugefügt habe. Es geht um Gift of Legacy. Ganz frisch, gerade erst gestartet, jetzt Ende Januar. Und warum es mich gepackt hat? Naja, weil dieses Projekt im Großen und Ganzen widerspiegelt, zumindest mal aus meinem Empfinden. Das, was aktuell wir erleben, und zwar einen Zeitgeist des neuen Bewusstseins. Schau es dir einfach mal an, dauert nicht lange und möglicherweise vibriert es auch bei dir und du erkennst, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte. Naja, fangen wir mal an. Eine Aktivität des Schenkens zur Erschaffung von Wohlstand. Du kannst hier halt nur eingeladen werden, es geht nicht anders. Du musst eingeladen werden, um hier dabei zu sein. Und worum es ganz genau geht, schauen wir uns mal gemeinsam an. Vorab, diese Präsentation dient lediglich der Information, darf nicht als Finanzberater verstanden werden. Weder ich, die Präsenter, sonst andere Mitglieder, irgendwelchen Gift of Legacy Gruppen sind registrierte Finanzberater. Die folgenden Informationen sollen nur Beispiele dafür geben, was ein Mitglied erwarten kann. Okay, gehen wir mal rein. Gift of Legacy ist eine Schenkungsaktivität mit einem unglaublichen Algorithmus, der es ermöglicht, dass jeder auf den Boards des Wohlstands reisen kann. Was sind die Boards? Dazu kommen wir gleich. Heute wirst du lernen, wie du im Überfluss empfangen kannst. Du wirst alles über ein gut gehütetes Geheimnis erfahren, das bereits das Leben von Millionen von Menschen verändert hat. Bist du bereit? Okay. Für wen ist das eigentlich? Folgende Fragen. Das sind ganz wichtige Fragen aus meinem Empfinden. Die geben einen gewissen Charakter dem ganzen Projekt. Glaubst du an das Prinzip von Sehen und Ernten? In der Bibel steht es vielleicht auch in anderen heiligen Schriften. Glaubst du, wenn du gibst, wirst du empfangen. Erst geben, dann nehmen. Genießt du es, jemandem zu beschenken, den du nicht einmal kennst? Möchtest du die Kontrolle über dein Leben übernehmen? Genießt du es, andere zu unterstützen, um im Leben Erfolg zu haben? Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortet hast, sind wir bereit anzufangen. Was ist Gift of Fledgacy? Es geht um eine globale Schenkungsaktivität. Mittlerweile sind weltweit Millionen von Menschen beschenkt worden, von Mensch zu Mensch. Inspiriert von einer heiligen Ökonomie und vor allem komplett dezentralisiert. Was bedeutet, es gibt keine Firma dazwischen. Es gibt keine Firma, kein Unternehmen, was Gelder empfängt zum Beispiel. Sondern es geht von Mensch zu Mensch. Das ist einfach mega. Und vor allem, es geht um einen immer wiederkehrenden Kreislauf. Das heißt, ja, man muss erstmal den Stein ins Rollen bringen. Anders funktioniert es nicht. Man muss sich auch an eine gewisse Struktur halten. Aber wenn es erstmal in Gang gesetzt worden ist, dann kannst du es nicht mal aufhalten. Ja, okay, es geht um eine globale Schenkungsaktivität. Wie schon gesagt, es ist eine immer wiederkehrende Ökonomie des Schenkens. Und vor allem ein Aufbau für Communities und um sich selbst auch mit aufzubauen, um auch dann zusammen Wohlstand zu kreieren. Und diese finanziellen Schenkungen werden seit Jahrhunderten auf der ganzen Welt praktiziert. Und sind seit 2009 für über 700.000 Mitglieder auf der Vorläuferplattform von Gift of Legacy erfolgreich gewesen. Ja, also nochmal. Mittlerweile seit 2009 bis 2021, Ende 2021 und jetzt Anfang 2022 ist die Nachfolgeplattform gestartet. Mit, klar, mit neuen Technologien, also mit neuen IT-Technologien dahinter. Im Vergleich zu 2009 hat sich ja einiges getan mittlerweile. Ja, und es ist ganz frisch, hat gerade angefangen. Und in Afrika wird es Stockwell genannt. Ja, das ist ja die Ubuntu-Kultur. Also Gemeinschaften, die sich gegenseitig helfen. Darum geht es letztendlich. Ja, also nochmal. Das ist der neue Zeitgeist, wo wir nicht mehr in der Spaltung sind, sondern wo wir in die Einheit kommen. Es ist 100% legal seit Jahrzehnten jenseits vom Mainstream-System. Millionen wurden mittlerweile beschenkt. Die Umverteilung des Reichstums in die Hände von vielen. Darum geht es letztendlich. Also nicht in die Hände von irgendwelchen Eliten, sondern in die Hände von Menschen. Ganz normalen Menschen wie du und ich. Milliarden Dollar werden jährlich weltweit unter den Menschen verteilt. Monatlich, wöchentlich, sogar täglich. Hoffnung schenken und Menschen weltweit in Fülle segnen. Was ist dezentrale, also wie kann man das verstehen mit dezentralisiert? Ja, was soll das bedeuten? Nochmal, wir haben kein Unternehmen, keine Institution, kein Makler oder Händler, der dazwischen ist. Eine interaktive Website, die die Bewegung von Boards in der Schenkungsgemeinschaft verwaltet. Darum geht es bei der IT. Das ist eine Technologie, die letztendlich, wenn man es als Spiel vielleicht ansehen würde, die Spielbretter steuert. Darum geht es. Alles, was du brauchst, ist eine Internetverbindung und ein Computer oder halt auch ein Smartphone, geht natürlich auch, oder ein Tablet. Von Mensch zu Mensch. Von Person zu Person. Na, das werde ich mal korrigieren. Von Mensch zu Mensch. Was ich meine, wie wir empfinden, sind Personen und Menschen zwei verschiedene Sachen. Geschenke werden direkt an dich auf dein Konto ausgezahlt. Also nicht auf ein Firmenkonto, was dann irgendwie Gelder weiter verteilt, sondern du bekommst Geschenke von wildfremden Menschen, die dir auf dein Konto Geld überweisen. Keine dritte Partei, die Geld kontrolliert. Keine Token auf einer Plattform und 100% risikofrei, weil es geht ums Schenken, Freunde. Ja, es geht immer, wir reden ja nicht von einem Kauf, nicht von einem Investment, wir reden hier von einem Schenken, wo wir erstmal selber als Mitspieler schenken und dann beschenkt werden. Immerwährend bedeutet einfach fortlaufend, nonstop, passiv. Wenn man den Stein einmal ins Rollen gebracht hat, dann läuft der einfach weiter. Ihr werdet gleich erstaunt sein über diese Spielbretter und wie die aufgebaut sind. Immerwährendes Schenken und Empfangen, darum geht es, immer und immer wieder für kommende Generationen. Es ist mehr als eine Aktivität des Schenkens. Keiner wird zurückgelassen. Wir helfen uns hier natürlich gegenseitig zu wachsen und Erfolg zu haben, während wir uns gegenseitig unterstützen und aufmuntern. Und aus meinem Empfinden wiederum ganz, ganz wichtig hier an der Stelle, schenke aus dem Herzen, teile die Liebe, leite dein Team, werde zu Legende, baue dein Vermächtnis. Wow, klasse. Wir sind eine Gemeinschaft mit demselben Ziel. Wir wollen Leben verändern. Darum geht es. Also, wie fangen wir an? Also, du trittst bei Gift of Legacy bei, indem du 100 Dollar schenkst in ein System, das sich selbst weiter bewegt. Also, aktuell, so nach dem aktuellen heutigen Kurs, 7. Februar 2022, sind das roundabout 88 Euro. Das ist das einzige Mal, der einzige Zeitpunkt, an dem du jemals Geld aus deiner eigenen Taschen nehmen wirst. Und das schenkst du ja auch. Das heißt, wenn du es von Herzen an jemanden schenkst, ins Universum gibst, dann bekommst du halt auch was zurück. So sind die Gesetze. Schenken ist ein reines Peer-to-Peer-Verfahren. 100% aller Geschenke werden direkt an dich ausgezahlt. Komplett. Verwende Paypal, Weiß, Banküberweisung oder auch Kryptowährungen. Es gibt keinen Mittelsmann oder eine dritte Partei. Niemals. Niemals. Übrigens auch ein schöner Nebeneffekt. Du lernst neue Menschen kennen. Ja, die von dir beschenkt werden. Oder die dir was schenken. Und du kommst halt mit den Menschen, ob du es willst oder nicht. Ja, wenn du dann halt das Spiel zu Ende oder weiterspielen willst, musst du halt mit Menschen kommunizieren. Und das ist das Schöne dabei. Man hat die Möglichkeit, neue Menschen, neue Kontakte zu generieren, auch unter anderem. Also die Reise auf den Boards der Fülle. Konzentrier dich einfach auf diesen orangefarbenen Kreis auf die nächsten Folien. Er repräsentiert dich auf deiner Reise. Also wir beginnen mit 100 Dollar. Dies ist das einzige Mal, dass du Geld aus deiner eigenen Tasche nehmen wirst. Wichtig. Teile Gift of Legacy mit zwei oder mehr Gleichgesinnten, die ihrerseits dasselbe tun werden. Im Grunde genommen reichen zwei. Das sind die Voraussetzungen. Einmal 100 Dollar, die du schenkst. Die sind weg. Das muss dir klar sein. Die 100 Dollar sind weg. Die hast du verschenkt. Die hat jemand anders. Und zwei Mitspieler, die es verstanden haben. Die mit dir diesen Weg gehen wollen. Das war's. Mehr brauchst du nicht. Es gibt insgesamt vier Boards. Einen mit 100 Dollar. Einen mit 400 Dollar. Einen mit 1600. Einen mit 5000 Dollar. Du wirst auf jedem der vier Boards vom Gifter, also der, der schenkt, zum Bilder, der der baut. Dann zum Guide, der der letztendlich führt. Und das Ziel ist dann, zur Legende zu werden. Auf jedem Board. Das wiederholt sich immer wieder. Das werdet ihr gleich sehen. Auf deiner Reise durch die Boards erhältst du die Geschenke im Gesamtwert von 42.700 Dollar. Sobald du alle Boards durch hast. Wow. Du bist mit 100 Dollar eingestiegen. Du bist ja auch nicht immer eingestiegen, sondern du hast diese 100 Dollar verschenkt. Das ist dein Einstieg. Dein Geschenk ist dein Einstieg. Und deine zwei Mitspieler. Und sobald du alle Boards durch hast, sind es 42.700 Dollar, die dir geschenkt werden. Wie geht das? Auf deiner immer wiederkehrenden Reise werden sich deine Geschenke auf insgesamt 49.700 Dollar belaufen. Und das wiederholt sich immer wieder. Mach dich bereit für die Reise deines Lebens. Okay. So sieht ein Board aus. Das ist ein Spielbrett, wenn man so will. Lass uns mal dieses Wort nehmen. Dieses Wort Spielbrett. Und zwar sieht das so aus. Du hast dann halt das erste Board Bronze mit 100 Dollar Eingang. Das heißt, du positionierst dich dann halt nach deiner Registrierung in einem der linken oder auch im rechten Feld. Je nachdem. Jetzt in dem Beispiel haben wir es auf der linken Seite. Gifter. Einer der vier Gifter. Also einer der vier, die schenken. Links auf dem Board wie auch rechts auf dem Board mit 100 Dollar. Okay. Das heißt, wir gehen ins Board rein. Wir sind registriert. Wir gehen ins Board rein und machen ein Geschenk. Und zwar an den Legend. Wir schauen, wer gerade in diesem Board. Wir können da draufklicken. Da sehen wir die Kontaktdaten, die Telefonnummer, die E-Mail etc. Nehmen Kontakt mit den Menschen auf. Und sagen, hey, pass auf, ich bin auf deinem Board. Hier mein Screenshot vom Board. Und von Herzen schenke ich dir 100 Dollar. Wie magst du es haben? Ja, magst du es auf Paypal, magst du es auf Krypto oder Banküberweisung, wie auch immer. Dann wird er halt antworten, weil er wartet ja auf deine Antwort, letztendlich der Legend. Er wartet auf acht Nachrichten von dir und von sieben anderen Mitspielern, die wir hier sehen. Ja, als Gifter. Okay, die anderen machen genau dasselbe. Auf der linken Seite haben wir jetzt mal drei und dann auf der rechten Seite sind nochmal vier. Alle, insgesamt acht, nehmen Kontakt mit diesem Legend auf. Und jeder spendet oder schenkt in dem Fall seine 100 Dollar. Das ist der erste Schritt. Und das ist auch wichtig, dass wir das mal verstehen. Sobald dies geschehen ist, haben wir eine neue Ansicht des Boards. Der Legend ist mittlerweile ein anderer. Der ist einmal rübergerückt. Und du, du siehst es auch, du bist auch rübergerückt einmal. Du bist jetzt der Bilder. Das heißt, du hast jetzt unter dir zwei Plätze frei. Genauso wie die anderen Bilder auf diesem Board. Die haben jeweils zwei Plätze im Bereich Gifter frei. Jeder der Bilder schreibt jetzt zwei seiner Mitspieler ein. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das muss sein, das wird nicht anders funktionieren. So, das sind jetzt deine zwei, die sich über deine Einladung registriert haben. Und die machen dementsprechend eine Schenkung an den jetzt aktuellen Legend auf diesem Board. Du brauchst nichts mehr zu schenken. Du hast ja schon geschenkt. Du bist mitten im Fluss jetzt mittlerweile. Das sind jetzt deine Eingeladen, die das machen. Genauso, selbes Spiel auch bei den anderen. Das wiederholt sich immer wieder. Immer die Gifter, die schenken immer dem Legend. Und das ändert sich dann halt der Legend und es ändern sich halt immer wieder die Gifter. So, und sobald dies geschehen ist, sobald achtmal geschenkt worden ist, dann wird im Hintergrund die IT nochmal aktualisiert, die Technik. Und du siehst ein neues Board, wo du mittlerweile Guide bist. Und deine zwei, die du eingeladen hast, die sind Bilder geworden. Ja, die sind auch einmal vorgerückt. Und dementsprechend brauchen die natürlich dasselbe. Ja, die brauchen ihre zwei. Und da sind die auch. Und die machen was? Ja, du hast es sicherlich schon erraten. Die schenken dem jetzigen aktuellen Legend jeweils 100 Dollar. Alle acht. Links auf der Seite vier und rechts auf der Seite vier. Und sobald dies geschehen ist, dann bist du der Legend. Und kannst du dir vorstellen, was in diesem Moment passiert? Deine zwei Partner, links und rechts, sind mittlerweile Guides geworden. Ihre Bilder brauchen jetzt natürlich ihre zwei jeweils. So, dann haben wir hier zwei, die nehmen Kontakt mit dir auf. Und sagen, hey, pass auf, wir sind auf deinem Board. Wir würden dir gerne 100 Dollar schenken. Wie magst du die haben? Und das achtmal. Und somit hast du insgesamt 800 Dollar an Geschenken. Und verlässt das Board mit 800 Dollar. So, jetzt geht es weiter. Natürlich kannst du hier auch aufhören, wenn du magst. Aber es geht ja um viel, viel mehr. Du hast mit 100 Dollar das Board betreten und verlässt es mit 800. Jetzt steht es dir frei. Du kannst das Silberboard betreten, welches 400 Dollar kostet. Das Ticket kostet 400 Dollar für dieses Silberboard. Parallel, und das geht nachdem du das Bronzeboard, das erste Board, verlassen hast. Erst dann kannst du dies in das sogenannte Perpetual Board, das ist so ein weltweites Board, wo global von allen Spielern weltweit automatisch befüllt wird. Mit 100 Dollar kannst du dich hier eintragen. Und wichtig, du brauchst hier keine weiteren Partner oder keine Mitspieler mehr suchen. Du hast die einmalig im ersten Board befüllt mit zwei Positionen und das war's. Mehr brauchst du auch nicht mehr an neue Partner denken. Sobald du dann halt dieses globale Board, dieses Bronzeboard betreten hast mit 100 Dollar, bist du dementsprechend hier dann positioniert, genauso als Gifter. Und dann befüllen sich die ganzen Felder und dann rückst du Stück für Stück weiter, bis du irgendwann Legend bist. Ja, man kann sich das so vorstellen, du bist mit 100 Dollar rein. Ja, du machst eine Runde und kommst mit 800 Dollar raus. Jetzt könntest du rein theoretisch wieder 100 Dollar nehmen und in ein neues Perpetual Board gehen. Ja, dieses globale Board, wo wieder automatisch vom System weltweit einfach aufgefüllt wird. Ja, du wartest einfach ab. Also, du gehst rein als Gifter, nimmst Kontakt mit dem Legend auf, wer der da aktuell auf dem Board ist. Sagst, hey, pass auf. Notfalls mit dem Übersetzer, wenn er vielleicht aus einem anderen Land ist. Ja, mal alles da mittlerweile, technisch möglich. Und sagst, hey, pass auf, ich bin auf deinem Board. Ich möchte dir 100 Dollar schenken. Wie magst du es haben? Dann schenkst du ihm die 100 Dollar, er markiert dich als bezahlt. Und dann gehst du einfach die weiteren Schritte, bis du dann selber Legend bist. Und wenn du das Board verlässt mit 800 Dollar, kannst du was machen? Dann kannst du nochmal rein. Hältst du halt 700 Dollar bei dir und gehst mit 100 Dollar nochmal rein. Und das kannst du jedes Mal aufs Neue machen. Also, stell dir vor, so ein Riesenrad, wie auf dem Jahrmarkt es gibt. Das Ticket kostet 100 Dollar für dieses Riesenrad. Du machst eine Runde, kommst dann halt nach einer Runde wieder an und hast 800 Dollar. Sagst, na, ich mag aber nicht aussteigen, ich mag noch eine Runde. Ja, vor diesen 800 Dollar schiebst du 100 Dollar nochmal in den Automaten und dann machst du noch eine Runde. Ja, und kommst du wieder nach einer Runde an, hast wieder 800 Dollar. Ist das nicht cool? Weltweit wird es befüllt, ohne dass du jemanden suchen musst. Das ist genial. Okay, dann schauen wir uns mal das zweite Board an, das Silberboard. Ja, das läuft parallel. Ja, das heißt, du kannst parallel dann mehrere Boards slummen. Aber das Silberboard, das ist das, wo dir dein Team auch folgt. Das heißt, du gehst rein mit 400 Dollar. Wir haben die gleiche Situation. Du bist Gifter, du machst dein Geschenk an den Legend mit 400 Dollar. Dann wirst du irgendwann Builder, dann wirst du irgendwann Guide. Und dann kommst du irgendwann in die Position des Legend und bekommst von 8 verschiedenen Menschen jeweils 400 Dollar. Und bekommst im Ausgang 3200 Dollar. Cool oder cool? Bedeutet, du hast 3200 Dollar. Jetzt kannst du, wenn du möchtest, weitermachen, ins nächste Board gehen. Und zwar ins goldene Board. Da kostet das Ticket 1600 Dollar. Schon ein bisschen mehr. Aber du hast ja 3200. Was kannst du noch machen? Du kannst mit 400 Dollar parallel zu allen anderen Boards, die du mittlerweile hast, kannst du in das weltweite Perpetual Silberboard reingehen. Gleiches System, wie wir das eben schon hatten. Und vor allem 1200 Dollar bleiben ja bei dir in der Tasche. Das heißt, die bleiben bei dir. Obwohl du mehrere Boards mittlerweile am Laufen hast. Und dieses Silber per Perpetual Board ist genauso. Du kannst es, wie oft du willst, wiederholen, wenn du magst. Du gehst halt mit 400 Dollar rein, machst eine schöne Runde und am Ende nach der Runde hast du 3200 Dollar. Dann gehst du einfach mit 400 Dollar nochmal rein. Nimmst Kontakt auch mit dem Legend und machst eben dein Geschenk von 400 Dollar und wartest, bis du dann halt die ganzen Positionen durchgerückt bist. Weil das System ja hinter dir automatisch nachfüllt. Weltweit werden die Leute automatisch platziert, die immer wieder neu reingehen, auch mittlerweile vielleicht das dritte, vierte, fünfte, sechste Mal reingehen, hinter dir sind oder vor dir sind. Ganz egal. Du wirst einfach weitergerückt, bis du irgendwann selber Legend bist und dementsprechend deine 3200 Dollar abholst. So, dann haben wir das Goldboard. Naja, du kannst es ja sicherlich denken. Das System ist genau dasselbe. Du steigst ein als Gifter, also die Position, die jetzt dran ist zu schenken. Nimmst Kontakt auf mit dem jeweiligen Legend auf diesem Board. Alle Daten hast du da. Alle Daten dieser Mitspieler, deines Boards kannst du einsehen. Einfach nur draufklicken, dann öffnet sich ein Pop-Up-Fenster mit den jeweiligen Kontaktdaten. Und schenkst 1600 Dollar. Dann wartest du, bis alle anderen 7 das gemacht haben. Dann aktualisiert sich das Board. Dann bist du Bilder. Dann werden neue 8 eingeschrieben. Beziehungsweise die folgen dir. Du brauchst ja auch nicht einzuschreiben. Die folgen dir einfach. Und am Ende bist du mit 12.800 Dollar raus. Bedeutet, du könntest jetzt das Platinum Board, das vierte, das letzte Board in dem Fall, könntest du dann betreten mit 5.000 Dollar. Und du kannst es dir sicherlich denken, du kannst das weltweite Perpetual Gold Board betreten mit 1.600 Dollar. Und hast 6.200 Dollar, die dir überbleiben. Obwohl du mehrere Boards mittlerweile am Laufen hast. Und hier werden wir nicht wiederholen. Du kannst dir das denken, wie das funktioniert. Du gehst mit 1.600 rein. Und bekommst am Ende 12.800 raus. Dann kannst du dementsprechend das nächste Board wieder mit 1.600 betreten und so weiter. Und das bis zur Unendlichkeit. So oft du willst. Die Leute platzieren sich einfach immer wieder hintereinander. Und das ist das Geniale an diesem System. Das ist wirklich genial. Also du reichst durchs vier Boards mit Platin ganz genau dasselbe. Mit 5.000 gehst du rein. Mit 40.000 gehst du raus. Und du kannst es dir denken, du hast die Runde abgeschlossen. Ja, und hast Geschenke in deiner Tasche, die dir überbleiben. 35.000 Euro insgesamt in dem Ganzen. Und kannst dann auch noch von diesen 40.000, ja du die hast, kannst nochmal mit 5.000 rein. Also du hast ja insgesamt 40.000 an Geschenken in dem Fall. Wenn du dann mit 5.000 in ein weltweites Per-Pertal-Platinum-Board reingehst, kostet das 5.000 Euro. 35.000 hast du dementsprechend noch bei dir über. Und da geht es genauso. Selbe Strategie. Mit 5.000 gehst du rein. Mit 40.000 kommst du raus. Dann gehst du einfach nochmal mit 5.000 rein. Mit 40.000 gehst du raus. Und du brauchst keinen zu suchen. Es folgen dir die Menschen weltweit. Und platzieren sich automatisch, beziehungsweise werden im Hintergrund von der Technologie, IT-Technologie dann dementsprechend platziert. Das ist das Geniale an Gift of Legacy, meine Freunde. Wir reisen also durch 4 Boards. Wir steigen einmalig mit 100 Dollar. Mit unserem Geschenk steigen wir ein. Und mit 2 Mitspielern. Das ist die ganz große und wichtigste Voraussetzung überhaupt. Du brauchst diese 2 Mitspieler, die das auch verstehen, dass die wiederum ihre 2 Mitspieler brauchen. Anders funktioniert es leider nicht. Aber im Grunde genommen, beziehungsweise im Grunde genommen, wenn man es verstanden hat und wenn man dann sagt, ich habe auch 4, ich habe auch 6, ich kann doch meine Leute auch mit unterstützen. Geht ja auch. Wir helfen uns ja gegenseitig. Das sieht halt wie folgt aus. Du steigst mit 100 ein und bekommst halt im ersten Board 800 raus. Im zweiten Board steigst du mit 400 ein. Im silbernen kommst du mit 3.200 Dollar raus. Im goldenen Board steigst du mit 1.600 Dollar rein. Dann kommst du mit 12.800 Dollar raus. Und im Platinum Board steigst du mit 5.000 Dollar ein und kommst mit 40.000 Dollar raus. Zusammenfassung der potenziellen Geschenke. Wir haben in der ersten Runde, sobald wir die Boards durchlaufen haben, insgesamt 42.700 Dollar an Geschenken erhalten. Und Zusammenfassung der Perpetual Boards erhältst du 49.700 Dollar an Geschenken wieder und wieder und wieder von Neuem. Das ist das Geniale. Die Spielregeln sind ziemlich einfach. Also die erste Runde, um vom Bronze Board in die anderen Boards aufzusteigen, musst du zwei Personen erfolgreich einladen, die sich dir anschließen. Wenn du das nicht kannst, kannst du gerne zwei Personen einladen, indem du ihnen anbietest, ihre Position zu aktivieren, ohne von ihnen ein Geschenk zu erhalten. Wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, kannst du nicht in das Silber Board, also dieses 400er Board, aufsteigen. Du hast auch keinen Zugang zum Bronze Perpetual Board, also zum weltweiten. Und dieses Perpetual Board, um ein Perpetual Board zu aktivieren, musst du alle Regeln befolgen, die für die erste Runde gelten. Wenn du zur Legend des Boards wirst, zwei Menschen erfolgreich eingeladen hast und acht Schenkende bestätigt wurden, die du dann letztendlich bestätigst in dem Fall, kannst du auf dein Perpetual Board zugreifen und hier kannst du erneut Schenker werden und zwar auf einem Board mit demselben Wert wie das, das du gerade beendet hast. Und du wirst erneut zum Legend des Boards. Dieser Zyklus lässt sich beliebig oft wiederholen. Nochmal zur Erinnerung, das ist ganz wichtig, Freunde. Du brauchst keine zwei weiteren Leute zu finden. Das einzige Geld, was du je aus der Tasche genommen hast, sind 100 Dollar und auch die hast du von Herzen verschenkt. Du hast es in das Universum gegeben. Warum Gift of Legacy? Was macht Gift of Legacy einzigartig? Natürlich nutzerfreundlich. Das Backoffice ist informativ und benutzerfreundlich und alles, was du für deinen Erfolg brauchst, steht dir zur Verfügung. Es ist komplett ausfallsicher, weil Gift of Legacy verfügt über verschiedene Methoden in unserem Algorithmus, der die Boards in Bewegung hält und niemand wird zurückgelassen. Innovativer Algorithmus, dieser bahnbrechende Algorithmus, kümmert sich um die neuen Mitglieder und belohnt gleichzeitig die bestehenden Mitglieder. Querverbindungen, alle Perpetual Boards werden in einem globalen Pool mit der gesamten Gift of Legacy-Gemeinschaft aktiviert. Das sind ziemlich einfache Regeln. Alle Mitglieder müssen sich an die Regeln halten, das ist klar. Um weitermachen zu können, dies gewährleistet eine höhere Belohnungsrate für alle. Und ein Cloning-System gibt es auch. Das heißt, du brauchst keine Mehrfachkonten mehr zu machen. Du kannst dich duplizieren bis zu vier Positionen, dass du insgesamt mit fünf Positionen auf jeder Ebene hast, die gleichzeitig zirkulieren. Das sind ausführliche Erklärungen. Dazu gibt es dann halt Schulungen etc. Machen wir jetzt mal nicht so intensiv. Jetzt in diesem ersten Webinar Fast Track. Gift of Legacy hat mehrere Strategien, die dir helfen, schneller voranzukommen, wenn du es wünschst. Auch da gibt es Schulungen zu. Unterstützungsbot steht im Backoffice zur Verfügung, um jederzeit alle Fragen beantwortet zu bekommen und gegebenenfalls auch Fehlverhalten zu melden. Und es ist wichtig zu verstehen, natürlich, es gibt keine Garantien. Das ist klar, wie so viel im Leben oder wie so oft im Leben gibt es keine Garantien. Der Erfolg oder auch Misserfolg eines jeden Mitglieds wird von seiner Bereitschaft abhängen, anderen zu helfen und die ethnischen Grundsätze von Gift of Legacy zu befolgen. Es liegt in der Verantwortung der einzelnen Mitglieder, die Einhaltung des Steuergesetzes in ihrem Land zu beachten. Und Gift of Legacy ist eine dezentralisierte Plattform ohne Zugehörigkeit, Eigentum oder Partnerschaft zu einer dritten Partei. Und wenn sie Gift of Legacy über eine dritte Partei oder Teil eines Pakets beitreten, tun sie dies auf eigene Gefahr. Gift of Legacy ist 100% Peer-to-Peer und es werden keine Gelder an die Plattform gezahlt. Alle Gelder werden immer an die Mitglieder von Gift of Legacy ausgezahlt und nur dann ausgezahlt, wenn sie auf einem Mitgliederboard landen. Danke, das war es auch schon. Danke, dass du dich uns anschließt. Und wenn du mehr wissen möchtest, dann wende dich bitte an die Person, die dich eingeladen hat, damit du starten kannst. Und bitte nimm unbedingt auch an unseren Telegram-Gruppen teil und unsere Schulungen. Und dann bist du auch gut informiert und bleibst auf dem Laufenden. In dem Sinne danke ich euch herzlich für das Schauen dieses Videos. Und sollten da Fragen sein oder auch das brennende Interesse oder der Wunsch an dieser genialen Möglichkeit teilzunehmen und Teil dieser Community zu werden, dann nehmt doch einfach Kontakt auf. In dem Sinne, alles Liebe, Heinrich Kerner. Bye. Musik 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 Musik